Es geht schon los. Oh, Jungs, Alter, wer alles bei mir ist, Femtoppi, Dex, Rhyme, Fela. Nein, das war so klar, dass Femtoppi gegen mich ist. Oh Gott. Tim, du musst wissen, Femtoppi gewinnt alles. Das ist so ein Gamer vor dem Herrn, wirklich. Der immer in Smash, in Mario Kart, in irgendwas, was er noch nie gespielt hat, der gewinnt trotzdem. Jungs, das war's schon gleich. Nein, wir kriegen euch, keine Sorge. Komm her. Ich unterstütze dich, wer auch immer da bei mir ist. Nein. Ich helfe dir. Ich glaube, ich wollte das nicht abschmeißen. Ey, das gibt's nicht. Was soll die Scheiße? Erwartet einfach nur. Oh mein Gott. 29, was ein Mord. Okay, das rocken wir jetzt. Let's fucking go. Ich muss hier weg. Nein, 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 nein. Das ist ein... Als ob ich den nicht erwischt hab, was? Das ist Betrug. Wieso mach ich sowas? Wieso denke ich, ich kann irgendwie in den Faustkampf gehen? Ja, so kann ich's aber schon machen, oder? Das wär schon wichtig. Nee, das ist nicht wichtig, das ist dumm. So, jetzt so langsam verstehe ich, wie man das spielen muss. Ja, ja, ja. Ja, let's go. Schönes Ding. Schönes Ding, Harry. Schön. Ich hab mein eigenes Make-up geworfen. Schönes Ding, Harry. Sag mal kurz. Tyler hat für Team Kante gevotet. Du scheiß Verräter. Der geht in dein Team, um Scheiße zu spielen. So will ich das sehen. Hier, ich hab die ganze Zeit... Tyler, super Tyler, toller Teammate. Und jetzt seh ich diesen Verrat hier. Für die Quote hab ich dagegen geschoben, sagt Tyler. Aha, lass mich mal noch durchgehen. Hä, wo bist du? Ich war grad so verwundbar, Alter. Ich hab mich gefühlt wie Fleckmon. Johnny! Hab ich dich erwischt, du kleine Sau. Du kleine Sau. Gib mir all dein Kleingeld. Nein, was ist das hier für ein Battle? Alle sind hier. Oh mein Gott, ich bin umzingelt von Team Rot. Ich muss dahin zurück. 1 und 6. 1 und 6. 1 und 6 gegen 1 und... Jawoll! Ja! Oh! In der Sekunde gerade passiert, ist mir ein Tütengefall. Let's go! Tim ist richtig giftig, Alter. Also du meinst jetzt nicht als Mensch, sondern als Spieler, oder? Was ist Tim so toxic? Ah, Leute, das ist doch nicht ernst gemeint. Fem Toppy, Fem Toppy. Du, du kleiner Wichser. Was? Alles gut. Komm, Lauchenta. Dich hab ich schon mal geholt. Nein! Lauchenta, du dummes Au. Lauchenta, ich schwöre, wenn ich noch einmal deinen Namen lege. Oh, das ist Lauchenta. Lauchenta, 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 Lauchenta! Ach so, ja stimmt, das sind wieder Tim und ich, das hab ich vergessen. Ich will einen Ballon klauen. Tyler! Warum liegen wir so weit hinten? Ja! Ich hab einen Ballon dazu bekommen. Sogar zwei? Hab ich gerade zwei Ballons mit einem Pilz gegönnen? Das ist besser als Sex. Oh mein Gott. Johnny! Wo bist du? Bleib stehen. Wo bist du? Nein! Ich wusste es nicht. Ich weiß. Was? Der kriegt die Blame-Welt-Stern. Was soll das? Nein! Team Kante, das sieht langsam wieder richtig gut aus. Wir machen so weiter. Nein! 500... Was? 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 Das ist so close, wenn du das in Prozent halt einfach umrechnest, oder? Oh mein Gott. Ja, und vor allem die anderen. Ich bin aus Joggy-Stream gekommen, um zu sagen, du hast echt reingeschissen, Tim. Danke, Shatter, für diese Wart ist. Schön, dass du dafür vorbeigekommen bist. Believer! Ich hab einen Roten für den Roten. Da ist Tyler. Da ist Tim. Da seid ihr alle. Oh mein Gott! Ich hab den Play meines Lebens gemacht! Nein! Ich hab nicht viele Münzen aufgesammelt, aber ich hab gerade so viele Münzen vernichtet. Da ist er neben mich gefahren, dann hat er ein, bis mein, äh, äh, bis mein Leben-Ding wieder aufgesammelt. Ja, Wolter, du kannst dir später auf diesen Clip einen runterholen, ich hab nichts dagegen. Ähm, ich war kürzlich in der Uni. Ich war in der Mensa. Und das war so circa die Woche nach dem 5-Luigi-Stream von Johnny. Und dann hör ich so zwei Bänke hinter mir oder so, die so reden über diese Minispiele in Mario 64 und vor allem um dieses Pokerspiel mit den Luigis halt. Und dann geht's auch darum, ja, es gibt diese fünf Luigis oder so, bla, bla, bla. Das allein ist schon ein Detail, das hab nur ich gemacht, so. Nee, nee, aber da dachte ich mir schon so, ja, was ein Zufall, dass er darüber redet. Und plötzlich hör ich so, ja, ja, aber nach vier Stunden hatte er sie dann oder so. Und dann hab ich überlegt so, warte mal. Ich geh auf YouTube, guck mir so die Länge des Videos an, vier Stunden, ich so, der Typ hat gerade über Johnny's Team geredet. Geil, Junge. Und ich war ja im Stream dabei. Ey, Shoutout an dich, Bro. Es wär so lustig, wenn dein Kommilitone, also Tim, grad mit mir streamt und das erzählt und du bist das einfach. Ich hoffe, er sieht diesen Stream. Ich weiß nicht, ob er nicht öffnet. Kanten, die Bob-Oms sind es immer. Junge, wieso freff ich den Film-Tobi nicht? Ich hab nicht einen Punkt diese Runde. Okay, jetzt gerade läuft's echt nicht gut. Ich hasse diese Map aber auch. Junge, warum verlieren wir so krass? Ich verstehe es nicht. Diesen Modus kann mein Team wirklich nicht. Komm, den David, den holen wir nochmal aus dem Rennen. Oh Gott. Aber easy. Tim, ich hol mir dich. Du mit einer Krone. Gib mir einen Ballon. Nein, wie ist das passiert? Ey, jetzt bist du vor mir. Johnny. Dann machen wir jetzt noch Team Races, oder? Hau rein. Schlafen alle gut. Bei Johnnys Spielstil schläft man schnell mal ein. Das wirst du bereuen. Tim, ich will dich überholen. Ich will dich so unbedingt überholen. Jetzt, go. Let's go. Ich hab einen Stern. Nein. Du kannst nichts mehr tun. Du kannst nichts mehr tun. Ich hab auch einen Stern. Den kriegen wir noch. Ich hab ihn, oder? Alter. Ich hab ihn, oder? Alter. Du friederliches Wesen. Ich hab nicht gecheckt, dass du es bist. Okay, starkes Item. Das nenn ich wirklich mal furiose Item. Aus dem Weg, Tasi. Aus dem Weg, ihr Pisser. Letzte Runde. Tim, nein. Warum denn ein fucking roter Panzer? Das ist Overkill. Wer ist Platz 1? Ist das, wer, den ich treffen darf? Egal. So dumm, dass ich dem hinten drauf fahre, Alter. Also, wir beide einen Stern ab. Halt dein Maul. Ich hoffe, der erste war ein roter, sonst hab ich nämlich, der hätte ich meine rote viel früher benutzen sollen. Nee, vergess es. Lass nicht drüber reden, okay? Okay.